vielleicht finden wir hier bunte äffchen ich frage mich ob es laut wird wenn ich hier entlang fliege ich weiß nicht wie ich auf die idee kommt es ist laut soll ich mal angreifen es gibt ja ich konnte ja wieder einen nuklearraketenwerfer craften und den einfach vernichten ah das hat jetzt für einen alpha schade hätten wir den jetzt gejagt stattdessen warum benutzt diese beknackte anunnaki mod oder wie die heiße ich finde ist richtiger müll ist die mod luck times weil sie mir 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 spaß macht kannst du dann ein mindripe tonic nehmen da verlier ich meine ganzen level wieder ich bin ja noch im verpackten level bereich mir wirklich gar nicht so schlecht nennen den halt anke namensvorschläge bitte die kommentare auf youtube und nicht im twitch stream einfach weil dann finde ich jetzt zum einen besser wieder und zum anderen ganz ehrlich ich möchte keine namen haben für tiere die so unpersönlich einfach nur auf eigenschaften oder namensähnlichkeiten des tieres sind weil es ist kein name das ist das ist wie wenn ich einen avis aave nenne oder einen giganotto giga oder gigabyte oder einen rex rexie nenne oder rexie sexy oder ein bär nenne ich gummibär das sind keine namen das sind abwandlungen von den ursprünglichen bezeichnungen dieses tieres es ist mir zu unpersönlich oder ein feuer avis nenne ich einen feuer feuerflügel oder sowas es ist nichts persönliches es ist ein generische langweilige namen und die nehme ich nicht hallo titan ups auch da unten ist recken vom gift service okay dann war es eine sehr gute idee den gerade anzugreifen ne das ist zu klein der will ich nicht welchen mod ist das die fische rüstung zugefügt ja pimp my dino pimp my dino macht ja auch spaß gummibär genau gummibär oder hagi bär oder oder so oder oder es ist wie wenn du den fluss oder den spitzen namen reingibst ok das war schlecht tut mir leid aber ich werde es nicht sein lassen ich bitte sowas wird etwas vorkommen oder wenn du den fluss rein den spitzen namen reini gibst ja das wäre sogar das silko ein passendes beispiel es ist einfach unpersönlich wenn du ihm dagegen einfach den namen bob gibst weil dir der name bob gefällt es ist schon wieder was anderes aber da kannst du auch gleich cheaten kommt dasselbe aus der teil overpowered dinos und items warum findest du die gut weil es ein pv eine pv mod ist und keine pvp mod das heißt ich könnte mir auch einfach jetzt solche drachen die es gibt cheaten sie als haustier halten und damit meinen spaß haben es wird niemand anderen irgendwie beeinträchtigen weil es ein pve content ist und kein pvp pvp funktioniert die nämlich nicht das haben wir ausprobiert es hat einen halben tag gedauert da sind die erst mit gigas raiden gegangen von daher völlig overpowered dinos zu haben ist ja geil völlig overpowered dinos erstmal zu tamen ist wirklich schwer und genau das ist aber auch ein bisschen so den reiz aus von dieser mod ah der sieht schon besser aus aber den will ich noch nicht haben bist du gift natürlich nicht bringt das bitte um nennen grüner gummi bär genau ja verliert man jetzt selber den spaß schnell an dem spiel ähm nein gerade deswegen ja eben nicht weil die an und nach jenes ist so viel mehr zu bieten hat ich meine versuch mal alleine ein tier zu tamen das dich betäuben kann und anschließend töten wird und du hast noch kein tier das dagegen halten kann wie zum beispiel diesen aves hier hier der giftige grüne aves versuch dem mal mit einem gewehr zu tamen bevor er dich betäubt und tötet auf einer insel die vollgepackt ist mit ähm avesen ähm wo drachen rumfliegen und rexe sind und raptoren und alles was ich eigentlich umbringen kann und nenn das dann zu leicht klar das spiel wird sehr einfach sobald du den ersten drachen hast der andere betäuben kann aber das heißt ja nicht dass du den deswegen auch nicht benutzen musst oder man kann sich ja selbst diese limitation geben um den spaß nicht zu verlieren das ist genauso wie wenn du dir keine ahnung du kaufst dir das spiel fallout 4 und weil dir das spiel zu lange dauert weil es dir vielleicht zu einfach ist guckst du nach ähm wie das ende von dem spiel ist dadurch kannst du sie auch verderben und einfach das ende spoilers dann muss ich nicht mehr spielen weil die story die kennst du dann ist langweilig geworden passt guckt ja kein mehr ja ich verlegen spaß doppelt so langsam wenn ich op bin wieder da was verpasst wb sebastian ja die brücken sind fertig und ich suche grad ein gift tyrannodon das war eigentlich alles poison penetriert ist bei mir immer das anfangs hier zu betäuben german fighter auf ähm diese auf the center war das problem dass die nicht gespawnt sind bis dieses biome hier erschienen ist das heißt es gab bisher auf the center gar keine ähm poison a wisse es gab hier auch ähm keine poison so dicke russe was schon sehr seltsam ist weil ich habe die immer gesucht nie gefunden 370 das sieht schon viel besser aus aber ich will lieber richtung 500 gehen habe ich goldene kippe dabei habe ich okay die kannst du übrigens mal nehmen damit die nicht zu schnell schlecht werden dankeschön sehr nett von dir dodorexia habe ich abgeschaltet ich habe die drachen ich habe die genotus und ich habe dodorexia abgeschaltet weil dodorexia sind ja auch so massenweise gespawnt dass ich die nicht mehr ähm dass ich ja kein fuß mehr äh auf der äh im redfoot biome treten konnte ohne sofort zu sterben und dann wären wir wir wieder beim thema ähm spaß spaß verlieren in der mod solche sachen tiere die überpowered sind und sich nicht und äh dir den platz äh versperren sowas nimmt dir den spaß giganothos die so millionenfach spawnen dass du einfach mal drei viertel oder sogar vier fünftel der map nicht mehr benutzen kannst das verdirbt ihnen spaß tiere zu themen die stark sind und das ganz als herausforderung zu nehmen das macht spaß pg dragon god mod ha ach man eine pink lady wäre so schön gewesen eine pink lady ist noch nicht ähm unmachbar ja ich weiß immer noch ungefähr wie man die tiere fährt wenn man sterben kann ah ich habe 10 plus gigas in renne mit ratoren rum aus lange weile ja und die sind auch sehr viel schneller ich glaube wir finden hier kein tiranodon mit angemessenem level dass wir zum 300er zurückgehen müssen ja ich glaube wir müssen uns mit dem kleineren zufrieden geben um und bitte nicht runterfallen weil da unten sieht es nicht so aus ob wir da lange bleiben oh ich hoffe wir knocken die aus bevor die da unten landen ne das wäre richtig ekelhaft ähm wie hängt man titano ja mit kanone und katapult und angeblich gehen auch die angeblich gehen auch die ähm ballisten die ähm die erste die ist erst dann mehr als op wenn du einen dragongod hast und den dragongods sind so schwer zu killen zu tame ja ich weiß gar nicht was die voraussetzung dafür sind ich glaube wir müssen alle warten killen ne dann kriegst du so ein item dann kannst du das craften und dann musst du den auch erst noch ne du musst den ja nicht betäuben du musst den ja glaube ich füttern ne einfach nur aber an den ranz zu kommen ja gut der vorteil ist dafür dass die halt neutral sind und dich nicht einfach so aus nichts angreifen aber wenn die sich halt mal wehren oder so dann ist äh polen offen wo war der 300er ist der schon tot? bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht nicht oder bitte nicht einfach da 700 bei mir lag so dass ich nicht spielen kann dann wird dein pc einfach zu schwach sein kann sein optionen höher sind als normal bei mir ist es auch so gewesen du kannst ja auch den hier machen du kannst optionen gehen du kannst die resolutions geld einfach untersetzen das hat tetris aber es ist halt sehr flüssig raus ist flüssig wow wow ich habe glaube ich eine ganze weile sogar mit einer auflösung hier irgendwo gespielt einfach weil es noch okay aussah und einfach deutlich spielbarer war irgendwann update raus gehauen das ganze spiel irgendwie auch ein tick flüssiger lief jetzt kann ich echt mit schatten und so auf den einstellungen spielen ohne dass meine grafikkarte gewechselt habe gut spielbar ist auch relativ wenn ich jetzt eine base reinfliegen würde wäre ende bei mir so grüne hässliche tyrannodonts wo seid ihr ach zum such mal schatten wieder aus sehe ich dir besser ich will die alle bei einer radio anrufen um werbung für ihren kanal zu machen dann sagen abonniert alle dir und den auf youtube müssen wir machen müssen mal anrufen und sagen abonniert rago wie auf youtube der macht let's place und gameplays er will auch bald ein mini kraft lp starten nein werden mich alle abonnieren genau oder so ich will mir jetzt gott habe 20 euro steam karte kauft ja so auf jeden fall nicht schlecht angelegt wenn du gerne arg spielst glaubt mir wenn wir spielen zu spielen was gott wird es mal ein bisschen überwältigt sein weil es ich war einfach so komplett neu und anders ist das einfach erstmal komplett du weißt nicht wohin du weißt immer du weißt bei arg muss anfangen was im base was um kleidung und effekt scorched scorched earth an und du denkst du so shit weil einfach überall will ich einfach alles umbringen das ist noch einen ganzen ticken schlimmer als hier im spiel das ist ungefähr so wie ja hier im redwood biome du stehst da und überall ist irgendwie ein terrorbird oder so oder ein bär oder ein kano nur halt in wüsten version mit wölfen und diesen thorny dragons die einfach überall sind wo sind die denn ich habe doch in so einen schönen 300er gesehen ist er verschwunden oder was hallo jan youtube da ist auch was guck mal hallo wer bist du alter m oder w ich habe ansprüche ja du erfüllst hier nicht ich bin fehlerisch ich täglich nicht einfach um das teams wegen sondern weil du irgendeinen zweck erfüllen sollst da vielleicht nein auch wäre der ein bett ist sehr cool gewesen ist ja aber leider nicht wo ist der von eben oh oh denn Ich glaube, ich bin zu wählerisch Ah, guck mal, was ist denn da? Da war doch eben noch einer einem ganz vernünftigen Level. Warum habe ich ihn eigentlich stehen lassen? Oh Mann. Hallo, LP-Pflocke. Bist du das? Du bist... Okay. Nehmen wir dich. Ich glaube, dir komm ich zurecht. Hoffen, dass ich jetzt nicht alles mit dir hier umbringen möchte. Nein, nicht weglaufen! Alter, nicht im toten Winkel fliegen. Bist du behindert? Sag mal, ja. Du entkommst mir nicht. Bitt schneller als du. Ups. Ja, scheiße. Nochmal getroffen. Ich hoffe, der hat ihn jetzt nicht die, ähm, ganze Effizienz weggezogen. Oh! Wir nehmen den. Der ist genau da, als was ich die ganze Zeit gesucht habe. Na, komm. Lass mich mal treffen! Genau, noch einmal. Komm. Komm noch einmal. Und er schläft. Und landet genau inmitten von fiesen Fleischfressern. Nein? Cool. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, Alter. Es wird schläft nur so schlecht. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ah, zertrappelt ihn doch nicht. Der hat dir nichts getan. Geh mal weg. Oh, wie du kackst jetzt, ey. Der stinkt doch. Ne, der Vogel kann das händeln. Der Vogel kann das händeln. Steh auf. Woo! Getamed. Was ist denn bei dir gerade? Ah, die haben noch Moros, natürlich. Da sind wir weg. Komm. Wir haben uns zusammenwollten. Hallo. Lass das sein. Kommst du wohl mit? Genau. Komm mit. Dummes Tier, ey. Wie lange bist du da noch am Streamen? Ja, ich gebe dir jetzt gleich mal ein XP-Trank. Dann probieren wir den mal ein bisschen aus. Und dann war es das eigentlich auch schon. Es war klar, dass du mich beendest, ne? Es war klar. Es hätte gar nicht anders sein können, als dass du genau so bist, dass ich in der Luft hängen bleibe. Ah, nimm einfach mit. Wir haben sogar mehr Headboost. Ja, wir können Babys machen. Kommt mit. Beide. Jetzt. Los. Hopp. Flirt, wo bleibst du? Kommst du? Geht doch, ey. Ich sage bitte nicht, dass ihr einfach langsam seid. Was ist da hinten? Ist das noch einer? Noch ein grüner? Nicht zu einer, den ich gesucht habe. Aber okay. Ich bin nicht unzufrieden. Sagen wir mal so jetzt. Boah, seid ihr langsam. Tja, ich hoffe, ihr habt euch nichts vorgenommen. Die sind, also entweder sind die extrem langsam oder die behindern sich gerade die ganze Zeit, äh, sich gegenseitig. Ich glaube, sie sind einfach nur langsam. Haben wir denn kein Stargate in der Nähe? Boah, braucht nicht lange, ey. Singmanji. Ja, wir versuchen gerade, äh, zwei Tyranodons Gifttyp irgendwie zur Base zu bringen, aber die sind so scheiße lahmarschig. Also, dass es irgendwie keinen Spaß macht. Ja, ich glaube, zu allerspätestens sieben Uhr machen wir Schluss. Ich muss noch aufnehmen. Ich glaube, ich werde morgen versuchen, wieder so einen Notfallfallhöfe, Pokémon rauszuhauen. Ich bin so auf dem letzten Drücker noch gemacht habe. Oder... Ich muss noch morgen nicht streamen. Das hier ist gut, ich kann... Ja, morgen Dienstag, ne? Oh, ich habe morgens sowieso für gar nichts Zeit, ey. Ich komme von der Fahrstuhl nach Hause, kann kurz kacken gehen, dann geht es schon wieder weiter zum Sport. Jetzt geht er entweder, die sind zu langsam oder zu schnell. Ah, die sind durch zu langsam. Wieder nix drin, ne? Ich glaube, echt, die haben uns rausgepatcht. Ich glaube, ich bin so schnell, ich bin so schnell, ich bin so schnell, ich bin so schnell. Ich bin so schnell, 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 ich Ich hab mal ein Champion-Quest mit 750 Movement Speed, oje Ich hoffe mit dem ist präzises Fliegen und Anfliegen noch möglich, es scheint hier ja nicht so zu sein Ich glaube ich mach den stärksten von denen auf 200% Movement und Speed Dann, wenn es geht so 2k melee damage und Rest auf Leben Ich denke das könnte keine schlechte Skillung sein Ich spiele auf einer Map die 7,5 mal größer ist als Island, heißt hier rein zufälligerweise das Center Nein, ok Hast du viel Meeresfläche oder so? Du ähm, hauptsächlich Ähm Ja, Boden, Land Oh, ich bin echt müde geworden Schwierig Mehr Land als was, ok Ok Ok, du kriegst einen Nur da oben kriegst du einen Dich probieren wir jetzt mal ein bisschen aus Der hat einfach mal gar kein Leben So, dann ähm Weight können wir eigentlich so lassen, ist in Ordnung So viel melee damage rein drücken, wie es geht Ob das 2k geht, weiß ich gar nicht Ich will es mal versuchen Das wäre großartig Und den Rest dann auf, äh Leben Er ist noch nicht ausgeskillt, das heißt, er hat sogar noch echt Potenzial weiter nach oben zu gehen Probieren wir ihn nochmal aus Das ist langsam oder das fühlt sich auf jeden Fall sehr langsam an Er hat viel Ausdauer Er hat viel Ausdauer Er hat schon eine ganze Menge wert Probieren wir mal an diesen Nice hier ran oder an unsere Barrel Roll aus Oder wir warten bis der an Höhe gewinnt, dass wir Und da gibt er auch schon zu Wasser Und da gibt er trinken Oh, wir machen sogar richtig Schaden Wir machen einfach tausend Schaden Und da gibt er Da geht wieder eine schlafen Und Daneben Hoppala Ein Hunderter leider versehentlich gekillt Sollte meinen die halt mehr aus Und der nächste geht schlafen Boah, geht das krass bei denen Ich treffe die ja gar nicht Und der schläft, oder? Ja Krass Wie stark der einfach ist He, sehr krass Hätte ich so echt nicht erwartet Joa, ich glaub das ist ein gutes Stand hier Was? Magst du den Damage von 4 Patch mehr als Den danach Mh, hä? Gab schon wieder ein Patch der den Damage verhandelt hat, oder was? Ist auch nix drin? Was denn los? Ich würde gerne mal versuchen Was größeres zu betäuben Mal gucken wie viel Ich da rein drücken kann Wenn ich noch was finden würde Was halt entsprechend größer ist Ich kann es nicht mehr schlafen Mal gucken, was es ist Prennen Ich würde gerne mal kurz Ja Ich würde gerne den Baum Buschwerfen Blippen Sehr gut Ein Der Dein Quetzel Hoffentlich im hohen Levelbereich Zwei Drei Vier Okay Oha Vier zum Gereicht Krass Und Plupp Auf dem Wohnlitter Ich kann den töten Und dann noch ein bisschen XP rausholen Oh, er ist tot Und wir haben den Levelbereich Genau das was ich haben wollte Okay, das sollte dann so reichen Wenn ich halt doch noch was finde Ja, ist echt cool Ach das, ja ganz ehrlich, daran konnte man sich überhaupt gewöhnen Und wenn man halt gerne wieder starke Tiere haben möchte Geht man halt wieder auf Anakigen Von daher Ist zwar schwieriger geworden seitdem Aber es ist halt nicht so unmöglich geworden Ist halt blöd Ist halt blöd, dass halt im Gegensatz dazu Die Giganotos halt immer noch viel zu stark sind Aber es ist halt auch immer noch viel zu stark ist Und dann kann man sich wirklich zu stark haben Hör ich die Wasserfälle von hier schon? Krass. Alter, ultimative Quetzel-Beteubungswaffe, die wir hier haben. Ich zocke auf den Server, wo das wie früher ist, um an die TM-Dinos noch 160 Level zu geben. Ja, okay. Was richtig damisch ist, dass die Unaki-Drachen keine Animation mehr haben. Okay. Ist ja scheiße. Ich kann dir mal sagen, was ich jetzt davon halte, dass die Dinos schwächer geworden sind. Ich finde, dieser Nerf, der war so ein bisschen überflüssig, weil... Im Endeffekt sind hier die Alpha Tribes, also wenn auf dem PvP-Server spiel ich jetzt davon aus, immer noch insgesamt zu stark, aufgrund durch die Masse und so. Und der Spieler selbst, also der Spielcharakter selbst, hat eigentlich kaum einen Buff bekommen, um irgendwie gegen Dinos so richtig gut mithalten zu können. Der ist eigentlich immer ständig auf die Dinos angewiesen und kann vom Level oder vom Rüstung her eigentlich dem kaum was entgegensetzen. Obwohl du mit einem Raptor locker einen T-Rex-Tod bekommst. Also müssen wir so sehen, das ist das Größenverhältnis, ne? Solange die halt nicht so einen Größenbonus reinbauen, dass halt kleine Dinosaurier, großen Dinosauriern trotz Levelunterschied deutlich weniger Schaden machen. Und halt große Dinosaurier, den kleinen Dinosauriern, aber mit einem hohen Levelunterschied, halt dafür deutlich mehr Schaden machen. Solange wird es immer extremst unbalanciert bleiben. Ich wollte es nicht gerade einsagen, du Arsch. Und Spieler werden halt immer das Problem haben, dass egal, welche... Wenn ein Tribe oder ein Spieler einen anderen Spieler mit einem Dino angreift, hat der Spieler ohne Dino sofort verloren, weil er kann sich dagegen nicht wehren. Die Dinosaurier haben unverhältnismäßig viel Leben, Ausdauer, Angriffspower. Und der Spieler, was hat der? Ich habe jetzt 900 Leben auf Level 250. Was hat ein Wolf in diesem Levelbereich? 3000? 4000? 5000? Ich habe jetzt 200% Millidamage auf dem Levelbereich. Was hat ein Raptor in dem Levelbereich? 400? 500? Es ist einfach so dermaßen unverhältnismäßig, dass es einfach... Dass man einfach als Spieler immer das Nachsehen hat gegen... Ne Saurier und es ist egal, wie stark... Wie sehr die Dinos geschwächt worden sind. Sobald du nichts hast, du hast verloren. Und wenn dich halt niemand was tamen lässt, kommst du nicht mehr vorwärts. Dann ist Ende, dann kannst du den Server wechseln. Streamsauters DLC irgendwann mal. Im Moment habe ich gesagt, diese Welt hier ist DLC... Streaming-Welt. Vor allem wegen dem Bauern und so. So, habe es Gott schleppt installiert. Ich habe meinen Wolf in 30k live, 40k damage. Ist natürlich genauso, wie es früher war. Das war früher ein unfassbar hoher Wert, als man auf 2k damage kam. Deswegen ist das eigentlich schon ziemlich... Und ich glaube, die waren fresh tamed. Also Wechsel waren bei 9k live oder 10k live. Das wurde ja auch runtergenervt. Also du bist auf jeden Fall auf dem Server, wo die... Normal stark sind. Eher übertrieben stark. Naja, die haben wir auch viel wissen tot. Natürlich ist es natürlich auch ansprechend... Genauso wie früher. Gut, ja, würde ich sagen, das war es dann. Aber für heute. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein beim Streamen. Auch die von euch auf YouTube hinterher. Das Ganze schauen. Jetzt kann ich die Augen wieder nicht aufhalten. Was ist das denn für eine Kacke heute, ey? Ist es wegen Müdigkeit? Kram mir nicht gerade überhaupt nicht klar. Ich muss das gleich noch voll lange anhaben. Funktioniert ja nach Hygienis-Mod bei 9lc? Ja, so einigermaßen. Es ist auf jeden Fall... Du merkst auf jeden Fall, dass es eine Änderung vorhanden ist. Aber es ist halt nicht so, dass du irgendwie die Poison-Tiere und so bekommst. Jedenfalls habe ich noch keine gesehen. Ähm... Ja, also nochmal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und... Warte. Ziegen-Wanji. Nein, eben nicht. Ähm... Du hast, glaube ich... 60 Level oder so hast du auf Taint-Dinos, die du draufleveln kannst. Ungefähr. Vielleicht vielleicht ein bisschen mehr oder so. Keiner. Kommst du denn einfach mal her? Und, ähm... Doppelte Menge an Level machen keine 30k. Damage. Ich meine, ähm... Guck mal hier. Nein, warte, guck hier. Nur hast du den ja gesehen, ne? Der kriegt... Der kriegt plus 300 Level dazu. Ich bin grad bei 2k, ähm... Damage. Das ist... Du seid unverhältnismäßig, ähm... Krass eingestellt. Deswegen... Das ist bei dir ja nicht so wie früher. Das ist, ähm... Deutlich übertriebener. 30k live. Die könnte ich mir sogar noch vorstellen, aber die 40k, dann hätte ich nicht 4.000 Schaden vielleicht, aber nicht 40.000. Aber du schon sagst ja, er ballert halt die mit, ähm... 2 Bissen... 4 Bissen weg, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so, wie du sagst. Aber es ist halt... Viel höher als, ähm... Standmusik in Wiesmira. So. Ah, AdriaGamingLP, da musst du halt morgen auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da wird dann die erste Folge von diesem Stream hochgeladen sein, die knapp eine Stunde gehen wird. Wird eher so um die 40 Minuten. Warte, wo sind wir? Bei 3 Stunden, 40 Minuten. Ja, mal schauen, da krieg ich schon 5 Folgen raus. Gut, jetzt aber würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ich hab einen YouTube-Kanal. Einfach mal ausrufezeichen YT in den Chat eigentlich. Dann wird der Mobot euch einen Link geben zum YouTube-Kanal. Ich empfehle es dringend, diesen zu abonnieren und die Videos zu gucken und zu liken und zu kommentieren und, ähm, wiederholen. Das war gegen die, äh, Twitch-Zuschauer. Ist aber 1 zu 1 zu übernehmbar für die, die auf YouTube zuschauen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, was gut. Ciao.